Als Baustoffhersteller könnten Ihre Werke so aussehen. Oder so. Oder so. Oder auch so. Das ist einer Ihrer Kunden. Sie haben aber mehrere Kunden und mehrere LKW und zudem verschiedene Arten von LKW und Sie haben viele Werke. Die Routen und Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Transporte sind also vielfältig und man kann schnell den Überblick verlieren. Wie finden Sie in einer so komplexen Situation nun die optimale Balance aus Kundenservice und Transportkosten? Der entscheidende Faktor dabei ist eine gute Planung. Um die Kunden bedienen zu können und die Transportkosten gering zu halten, müssen alle Aufträge in einem effizienten Plan zusammengefasst werden. Sie können sich vorstellen, schon bei nur 50 Aufträgen und LKW gibt es bereits unzählige Möglichkeiten, Lieferketten zu erstellen. Im Alltag eines Disponenten fast ein Ding der Unmöglichkeit. Kommen jetzt noch Unwägbarkeiten wie Staus, defekte Fahrzeuge oder Stornierungen hinzu, ist das menschliche Gehirn schlicht überfordert. Die Software Synchrotess für Baustofftransporte von Inform setzt genau hier an. Sie bringt Ihre Lieferungen zur richtigen Zeit an das richtige Ziel. Nach der Auftragserfassung erstellt Synchrotess anhand relevanter Auftragsdaten und Informationen wie LKW, Werke, Depots, Produkte, Fahrzeiten, Entfernungen, Maut und ähnlichem eine standortübergreifende Planung. Im laufenden Betrieb optimiert Synchrotess in Echtzeit den Transportplan und reagiert auf unvorhersehbare Ereignisse. Das geschieht auf Basis der aktuellen Auftragslage und der Rückmeldungen der Fahrzeuge. Der Disponent kann sich jederzeit den Status aller LKW, freie Lieferzeitfenster oder bevorstehende Lieferengpässe anzeigen lassen. Synchrotess schlägt in sekundenschnelle, passende Folgeaufträge für die LKW vor. Synchrotess sorgt dafür, dass Sie das Potenzial Ihrer LKW-Flotte voll ausschöpfen und Ihre Kunden pünktlich bedienen. Transport- und Wartezeiten werden reduziert. Die günstigsten Ladewerke werden vorgeschlagen und die Wegstrecken optimiert. Synchrotess ermöglicht somit die optimale Balance aus Service und Kosten. Unverzichtbar in einer Branche, in der Preis- und Lieferqualität entscheidende Wettbewerbsfaktoren sind. SIREN 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 Untertitelung des ZDF, 2020